Die Schauspielerin Eunice Gaysen ist tot. Die Britin erlangte als Darstellerin des ersten Bond-Girls in 007-Jagd Dr. No internationale Bekanntheit. Auch in Liebesgrüße aus Moskau spielte sie Bonds geliebte Sylvia Trench und war damit laut BBC das einzige Bond-Girl, das in zwei Filmen auftauchte. Eunice Gaysen starb im Alter von 90 Jahren in London.